Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu den Bergbaunachrichten. Heute mit Meridian Mining, Whislasilber, UEC und Central Lithium auf Rohstoff TV. Meridian Mining gab kürzlich ein Update zu seinen Bauaktivitäten in den Mienen Capazal und Santa Helena. Die Teile des größeren 50 Kilometer langen Kupfergold-Silber-VMS-Gürtels Gürtelprojekts Capazal in Mato Grosso in Brasilien sind. Auf dem Kupfergold-, Silber- und Zinkprojekt Santa Helena liegen nach der Wiederaufnahme des Bohrprogramms erste Ergebnisse vor, wobei ein Bohrloch einen starken Abschnitt mit 5 Metern und 4 Gramm Goldäquivalent ergab. Die Bohrungen werden fortgesetzt und weitere Ergebnisse stehen noch aus. Die Infillbohrungen auf dem fortgeschrittenen Projekt Capazal umfassen Bohrungen, die historische Positionen anpeilen, bei denen Daten verloren gegangen sind und die in der Ressourcenerklärung 2022, sprich Ressourcenschätzung, nicht enthalten waren. Die Bohrergebnisse, die die Erweiterung der oberflächennahen Mineralisierung definieren, werden durch ein Bohrloch mit 10,1 Metern mit 2,1 Gramm pro Tonne Goldäquivalent hervorgehoben neben breiteren Abschnitten. Meridian hat nun über 50.000 Meter an Bohrung bei Capazal abgeschlossen, wodurch sich die Projektdatenbank auf insgesamt über 125.000 Meter erhöht. Wer in Kupfer investieren will, sollte Meridian Mining sich anschauen. Wislas Silber vermeldet die nächsten hochgradigen Bohrergebnisse. Gefunden wurden mehrere hochgradige Abschnitte, darunter über 1.000 Gramm Silber pro Tonne und über 8 Gramm Gold pro Tonne auf 13 Meter wahre Mächtigkeit bei Copalla. Die neuen Bohrergebnisse des laufenden Infillprogramms bei Copalla zeigen damit weiterhin eine hervorragende Kontinuität der hochgradigen Silber- und Goldmineralisierung. Während man die Bohrabstände bei Copalla verringert und sich darauf konzentriert, die mineralisierenden und vertrauenswürdigere Ressourcenkategorien umzuwandeln, erweitert Wislas Silber weiterhin den hochgradigen Edelmetallkern der Hauptstruktur und damit auch den gesamten potenziell abbaubaren Bestand. Dies ist wichtig, da das Unternehmen somit mit seinen Risikominderungsinitiativen für 2024 vorankommt, einschließlich der für Anfang des dritten Quartals geplanten Vorlage einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung einer PEA. Uranium Energy Corp. UEC, unser Lieblingstitel im Uransektor, erweitert sein Portfolio in Südtexas mit erhöhten Ressourcen im Berg Hollow ISR-Projekt. Im Anschluss an ein erfolgreiches Abgrenzungsbauprogramm seit der letzten Ressourcenaktualisierung am 12. August 2022 erhöht eine neue Zusammenfassung des technischen Berichts die gemessenen und angezeigten Ressourcen des Projekts Berg Hollow von 2,32 Millionen Pfund U3O8 auf 6,15 Millionen Pfund und die abgeneigten Ressourcen auf 4,88 Millionen Pfund Uran. Zusätzlich wird Berg Hollow weiter ausgebaut, wobei bisher drei Produktionsgebiete definiert wurden und die Explorations- und Abgrenzungsbohrungen entlang der mineralisierten Trends für zusätzliches Ressourcenwachstum fortgesetzt werden. Die gesamten offengelegten MNI-Ressourcen der Texas Hub & Spoke Plattform belaufen sich nun auf fast 13 Millionen Pfund U3O8. Dieses Ressourcenupdate bestätigt erneut die Position von UEC als Amerikas führendem ISR-Uranunternehmen mit seinen Hub & Spoke Plattformen in South Texas und Wyoming, die über 79 Millionen Pfund U3O8 an MNI-Ressourcen und 25 Millionen Pfund an abgeleiteten Ressourcen verfügen. Century Lithium konnte den endgültigen technischen Bericht über die Machbarkeitsstudie des Clayton-Berley-Lithium-Projekts in Nevada vorlegen. Der Bericht ist der Höhepunkt der engagierten Arbeit und unterstreicht die wirtschaftlichen Vorteile des Projekts, die durch den einzigartigen Einsatz von Chlor, Chloralkali und die direkte Lithium-Extraktion von Century ermöglicht werden. Die Einreichung des Berichts stellt nun einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar. Während der Erstellung des Berichts wurden geringfügige Änderungen an den Parametern vorgenommen, die zur Bestimmung der Mineralressourcen und Reservenschätzungen verwendet wurden. Die daraus resultierende wirtschaftliche Analyse ist praktisch unverändert. Bei einem Basispreis von 24.000 Dollar pro Tonne Lithium-Karbonat ergibt sich für den Cashflow des Projekts nach Steuern ein interner Zinsfuß an IRR von 17,2% und ein Nettogegenwortswert an der NPV von 3,16 Milliarden Dollar bei einem Abzinsungssatz von 8%. Hervorragende Zahl, wie ich finde. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Commodity.tv, in Deutsch und Englisch sowie alles rund um das Thema Rohstoffe. Wir freuen uns über ein Like und viel wichtiger, abonnieren Sie doch einfach unseren TV-Kanal. Bitte beachte den Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind oder werden Teil des SAC Mining Special Situations Certificates und ich bin Aktionär aller Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schwitz.